Brüder, beseitig diese unverschämten Außenseiter! Die Schalopards benötigen keine Hilfe von außen. Entfammt diese Einglinge! Hussah! Schwächlinge! Lasst mich Platz für unsere Gäste schaffen! Ich zeige euch! Meine... Mar! Kommt zu mir, Schlange! Zusammen werden wir diese Einglinge vernichten! Schlange! Erfülle mich mit deiner Macht! Ihre Energie ist mächtig! Nein, nein, lass mich nicht im Stich! Sogar zusammen haben wir versagt! Sogar zusammen haben wir versagt! und wieder mit der man sich spüren! Ähm... ... Das war's. Das war's. Wenn ihr wahrlich ungeschehen machen wollt, was eure Art unserem Land angetan hat, dann müsst ihr euch zunächst hier in unserer Schule beweisen. Nächst werdet ihr den... Sollte einer unterliegen, wird ein anderer seinen Platz einnehmen. Sollte einer unterliegen, wird ein anderer seinen Platz einnehmen. Ihr habt unsere unerfahrensten Schüler bezwungen. Jetzt müsst ihr euch gegen zwei der Besten behaupten. Fliegender Schnee, duftender Lotus, rettet vor. Heute waren meine begabtesten Schüler bezwungen. Vielleicht seid ihr doch von Nutzen. Wie mein Meister eins sagte, nur im Kampf lernt ihr eure Gegenüber wirklich kennen. Tretet vor, sodass wir einander gebührend vorgestellt werden können. Nun gut, Fremde. Zeigt mir eure wahre Stärke. Waffenbeschick ist nichts weiter als eine Manifestation kriegerischer Stärke. Ich werde euch geistige Macht zeigen. Ein Schleimer konnte ich kaum richtig zuschlagen. Doch nach Jahren der Übung habe ich viel dazu gelernt. Waffenbeschick ist nichts weiter als eine Manifestation. Und da sind sie nicht möglich. Das war's für heute. 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 Das Schah des Hasses hat meinen Körper verlassen. Und das Kloster ebenfalls. Ich danke euch, Fremde. Die Schadopan stehen in eurer Schuld. Das war's für heute. Das war's für heute.